So, Freunde, jetzt mal ein spezielleres Video und zwar war ich am Sonntag eingeladen zu einer Sky-Sendung. Guten Morgen, Fans heißt, die gibt es seit dieser Saison. War natürlich für mich eine Ehre, da wollten wir eigentlich über das Hertha-Spiel sprechen. Da wussten wir ja den Ausgang noch nicht und dann eben auch darüber, wieso die Transferphase gelaufen ist. Jetzt war das natürlich ein bisschen schwieriger, nachdem wir jetzt weiterhin mit drei Punkten jetzt mittlerweile sogar auf Platz 17 stehen. Das konnte man natürlich vorher nicht wissen. Ich danke nochmal Lisa de Reuter, danke, dass sie mich da angefragt hat, den Kontakt gemacht hat und ich dann dabei sein durfte. War auf jeden Fall mal eine coole Erfahrung. Ich war ja schon einmal, als wir ein Community-Treffen gemacht haben, da war ich ja auch schon einmal mit ihr bei Sky zu sehen und jetzt nochmal da zugeschaltet zu sein. War schön. Ich habe auch versucht, werdet ihr wahrscheinlich gleich merken. Erstmal gestern natürlich war ich mega genervt und angepisst und alles Mögliche. Aber einen Tag später sieht man ja viele Dinge schon wieder positiv. Also ich persönlich zumindest kann damit schon wieder sagen, ja, ich meine, wenigstens haben wir nach vorne gespielt. Erst haben wir nicht nach vorne spielen können, aber halbwegs gut verteidigt. Dann haben wir nach vorne gespielt und nicht mehr das Verteidigen vergessen. Jetzt mittlerweile braucht man vielleicht einfach eine Balance. Wir müssen auch warten, bis unser Mittelfeld, was ja komplett umgemünzt wurde. Und auf jeden Fall war ich am Ende jetzt positiver, als ich es vielleicht gestern Abend noch gewesen wäre, hätten sie mich da gefragt. Aber man will ja auch nicht, wenn sowieso schon diese kritischen Nachfragen kommen, wie schlecht es denn um Hertha steht, dann will man das ja möglichst nicht nach außen noch mehr sagen, wie schlecht denn bei uns alles ist. Ich könnte ja mal reinschauen und mir sagen, ich hoffe, ich habe Hertha, Hertha an sich vertrete ich ja nicht, aber ihr wisst ja immer, wie das ist, am Ende bin ich ja Hertha-Fan und ich hoffe, ich habe das ganz gut gemacht und uns ganz gut vertreten. Am Ende hat er, wir können ja darauf auch nochmal reagieren in einem Stream oder so, am Ende hat er mich dann mit Romano angesprochen, das fand ich dann auch ganz cool. Grüße geht raus an den Thomas, ist ja kein Problem. Wurde wahrscheinlich so eingeblendet auch und ja, ansonsten habe ich am Ende natürlich auch noch das How He vergessen, das muss ich zu meiner Schande gestehen, aber bei der Begrüßung habe ich es gesagt. Ja und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video, könnt ihr mal reinschauen und eure Meinung dazu schreiben und wir gucken uns das bestimmt im Stream auch nochmal zusammen an. Achso, danke noch an Tico, mein Mod, der hat das nämlich für mich aufgenommen und zusammengeschnitten und die Szenen und so weiter rausgeschnitten. Ich wundere, wenn da mal Cuts drin sind. Das waren dann Szenen, die ich nicht hätte auf YouTube hochladen dürfen. Deswegen liebe Grüße an Tico und danke dir fürs Zusammencutten. Jetzt und live geht's weiter. Wir sind heiß zum Beispiel auf die zweite Liga, freuen uns noch auf unseren Sky-Kommentator Oliver Seider, der uns da ein bisschen näher bringt, was am Sonntag so Sache ist. Wir blicken gemeinsam zurück auf das, was Samstag schon passiert ist in dieser verrückten zweiten Liga. Also wenn du für dieses Spiel Eintritt bezahlt hast, dann dürfte sich das gelohnt haben, außer man ist Herr Taner gewesen beim 4 zu 6 in Magdeburg. Ja, also glücklich auf jeden Fall jeder, der gestern Magdeburger war. Zehn Tore ist natürlich ein absolutes Brett und eine richtig gute Werbung auch für die zweite Liga, muss ich sagen. Ja, kurzer Blick auf dieses Spiel. Viermal gehen die Hauptstädter in Führung, aber am Ende jubeln die Magdeburger. Der Gegner hat verdient gewonnen, hat er gesagt, wollen wir mal ein bisschen tiefer reingehen. Diesen Satz habe ich nämlich noch von jemand anderem gehört, mit dem wir jetzt sprechen wollen. Die Rede ist von einem härter Fan, Twitcher, YouTuber, alles in einem. Das ist Felizio1892. Felizio, guten Morgen. Es ist jetzt immer so ein Ding. Halb zwölf, guten Mittag. Schön, dass du auf jeden Fall am Start bist. Ja, verdient, verloren, hat Pal Dardai gesagt. Du hast dich da gestern in deinem YouTube-Video angeschlossen nach dem Spiel. Wie sieht das Ganze aus Fernsicht aus? Wie fühlt ihr euch heute? Ja, guten Morgen erstmal. Danke für die Einladung und hao he. Ja, jetzt hat man einen Tag drüber geschlafen. Da geht es ein bisschen besser, aber es ist natürlich schon sehr enttäuschend, wie die Saison jetzt verlaufen ist. Ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass wir zur Länderspielpause mit drei Punkten dastehen nach fünf Spielen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber wenn man eine Nacht nochmal drüber geschlafen hat, nach so einem historischen Spiel mit zehn Toren, kann man vielleicht dem auch ein paar positive Sachen mehr abgewinnen. Wir hatten ja gerade am Anfang die Problematik, dass zumindest viele Fans auch inklusive mir gedacht haben, wo ist da die Spielidee? Wir haben ja gar keine Ideen nach vorne, gerade auch im Spiel gegen Hamburg. Und jetzt ist irgendwie genau das Gegenteil passiert. Jetzt haben wir super nach vorne gespielt, aber das Verteidigen so ein bisschen vergessen, wenn man es mal ganz platt ausdrücken möchte. Und vielleicht fehlt jetzt einfach noch die Balance, sagen wir es mal so. Ja, Gegentore ohne Ende, da läuft einiges schief. Was ist denn, wenn man als Fan da drauf schaut auf diese Mannschaft seit Saisonbeginn, was ist denn da besonders hart? Ich meine, ihr kommt ja aus harten Zeiten mit dem Bundesliga-Abstieg, aber was schmerzt am meisten momentan? Was schmerzt am meisten? Naja, also ich bin jetzt heute schon wieder fast positiv, muss ich sagen. Echt jetzt? Nach dem Spiel? Ich will es nicht schönreden, es ist auch alles nicht gut, aber ich persönlich kann jetzt einfach sagen, wir hatten über 30 Transferbewegungen, mussten ein fettes Transferplus erwirtschaften. Und man hat ja gute Ansätze gesehen. Natürlich bist du auch enttäuscht und es muss auch besser werden. Keine Frage, das ist ja nicht unser Anspruch, auf Platz 16 zu stehen. Aber nach vorne ging ja einiges. Und Magdeburg ist auch wirklich eine starke Mannschaft, vor der zumindest ich auch vorher viel Respekt hatte, war vor der Saison auch einer meiner Geheimfavoriten. Aber ja, was ist am frustrierendsten? Am frustrierendsten ist, dass es einfach erstmal so weitergeht mit der Punkteausbeute, wenn man sich die letzten Jahre anguckt. Und man hatte natürlich sich schon erhofft, also ich aus meiner Sicht, dass man ein paar Mal öfter jubeln könnte, auch nach dem Spiel. Und das ist jetzt bisher noch nicht so wirklich eingetreten. Ja, lass uns doch nochmal in die Zukunft blicken. Du hast gerade schon die Transferbewegung angesprochen. Es wurde auf jeden Fall versucht, einen ausgewogenen Kader da noch hinzukriegen unter den Umständen, sage ich mal so. Was glaubst du denn jetzt nach diesen paar Spielen, die schon passiert sind und eben nicht so gut liefen oder nicht so liefen, wie ihr euch das vorgestellt habt? Wie wird der Rest der Saison verlaufen? Kommt ihr da wieder raus? Also ich bin ja ein sehr, sehr positiv gestimmter Mensch. Das sollte man vielleicht auch sein, weil sonst wird es schwer, sich auf den Rest der Saison zu freuen, gerade die letzten drei, vier Jahre. Ich denke schon, dass wir da rauskommen. Aber natürlich haben wir auch mahnende Beispiele. Also man darf das auch nicht unterschätzen. Wir haben letztes Jahr Bielefeld gesehen, was da passiert ist. Hätte ich auch nicht mit gerechnet. Auch einige qualitativ hochwertige Spieler aus der Bundesliga mit runtergenommen. Aber natürlich, diese Mannschaft muss sich einspielen. Aber irgendwann gibt es dann eben auch keine Ausreden mehr. Wir haben jetzt das komplette Mittelfeld eigentlich ausgetauscht. Eigentlich im Endeffekt ein Großteil der Mannschaft ist ausgetauscht. Und das muss ich natürlich auch erst mal finden. Du musst dich ja auch erst mal gewöhnen. Wir sind ja nicht die einzige Mannschaft, die abgestiegen ist und Probleme hat. Ich glaube, du musst dich auch erst mal daran gewöhnen, dass du nicht mehr die Mannschaft bist, die sich hinten reinstellen kann, sondern von dir wird gerade auch in den Heimspielen, wenn man jetzt an das nächste Spiel gegen Eintracht Braunschweig erwartet, dass du das Spiel führst. Das muss sich alles finden. Aber irgendwann muss es sich dann eben auch mal finden. Ja, insgesamt eine heftige Woche muss das gewesen sein für euch. Die Köpenicker gehen in eine Champions-League-Gruppe und holen Real Madrid ins Olympiastadion. Und die Hertha im Dauerkrisenmodus. Ist das überhaupt noch auszuhalten auf der westlichen Seite der Hauptstadt? Ich habe es gar nicht mitbekommen. Schön, dass du es mir erzählst. Ich habe so eine Antwort auch erwartet, muss ich natürlich sagen. Aber ich glaube, du findest noch ein paar mehr Worte. Ja, ja, klar. Nee, also das ist natürlich, ich sage mal so, es ist alles okay. Aber das Schwierigste ist tatsächlich, dass du jedes Mal damit konfrontiert wirst. Also jetzt nicht euretwegen, sondern im Freundeskreis, im Bekanntenkreis. Jeder weiß natürlich, dass du Fan von Hertha bist. Du wirst immer damit konfrontiert und ich sage, was soll ich jetzt machen? Ich kann es ja nicht ändern. Das ist natürlich schon ein krasser Gegensatz, mit dem man vor allem vor vier Jahren oder drei Jahren auch nicht gerechnet hätte. Aber was soll ich jetzt am Ende machen? Mein Herz schlägt nun mal blau-weiß und da gucke ich auch am meisten jetzt drauf. Jetzt sind wir sogar in einer anderen Liga. Da brauchen wir uns jetzt erstmal eigentlich gar nicht mehr mit beschäftigen. Aber es ist natürlich ein extremer Gegensatz und schmerzt dann manchmal schon doppelt. Ja, ihr seid in einer anderen Liga unterwegs und als nächstes habt ihr Braunschweig und Kiel vor der Brust. Was erwartest du jetzt da vor der Mannschaft? Und was sind auch deine Tipps, was ist deine Prognose für diese beiden Match-Ups? Also ich erwarte natürlich schon, also ich persönlich als Fan, dass man ein Heimspiel gegen Braunschweig gewinnt. Gerade so wie die Saison bisher verlaufen ist mit drei Punkten. Also da musst du dann die Heimspiele wenigstens für dich entscheiden, weil sonst wird es wirklich, sonst ist, was ja jetzt mittlerweile immer alle sagen, wirklich Druck auf den Kessel. Das Heimspiel sollte man schon gewinnen. Kiel ist ziemlich gut und das, obwohl sie ja einige schmerzhafte Abgänge inklusive unseren Rehse und Hauke Wahl zu verkraften hatten. Aber zumindest mal im Spiel gegen Eintracht Braunschweig erwarte ich einen Sieg und das wäre dann auch mein Tipp mit einem 3 zu 1. Ich weiß nicht, vielleicht kriegen wir die Defensive auch wieder besser hin, aber ich würde jetzt 3 zu 1 für Hertha tippen, ohne da keinen Respekt den Braunschweigern zu zollen. Aber so viel Anspruch sollten wir dann schon haben. Das ist ein sehr optimistischer und positiv eingestellter Hertha-Liebhaber und das finde ich auch gut an dieser Stelle. Romano, vielen Dank für deine Zeit und auch wenn es ein bisschen dauert, bis die Hertha Real Madrid ins Olympiastadion holt, wir gehen da gemeinsam durch. Fußball-Fans sind wir alle und wir haben alle unsere Vereine auf der Seite. Danke schön und Grüße. Danke, ciao. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020